Die Nazi-Spieler und die Fans in kollektiver Euphorie nach der erfolgreichen WM-Qualifikation gegen Bulgarien. Und auch an der WM selbst hoffen Verband und Mannschaft auf lautstarke und zahlreiche Unterstützung. Doch nicht alles, was glänzt, ist Gold. Beim Schweizerischen Fußballverband in Muri treffen wir den Präsidenten der Freunde der Nationalmannschaften. Normalerweise fragen nach einer Quali sofort Hunderte der 2000 Mitglieder nach Reisen zur Endrunde. Auch diesmal? Bis heute nicht eine Anfrage. Keine einzige? Keine einzige. Gründe dafür sieht Lugin Bühl mehrere. Noch bleibt ungewöhnlich viel Zeit bis zur WM, die ausserdem im Frühwinter stattfinden wird. Aber auch? Der dritte Grund ist mit Sicherheit nicht auszuschliessen, dass die menschenrechtliche Situation in Katar einfach viele Leute entweder davon abhält oder sie immer noch überlegen lassen soll, soll ich, soll ich nicht. Kann ich das verantworten oder kann ich das nicht verantworten? Der Präsident des Fussballverbandes, Dominic Blanc, bleibt zuversichtlich, dass viele Fans die Nazi in Katar unterstützen werden. Dennoch gibt auch der Wattländer zu. Die Menschenrechtssituation hat sicher einen Einfluss auf die Reisenden. Sie sind zuallererst Fussballfans und gehen wegen dem Sport hin. Aber es ist schon möglich, dass sich einige deswegen von einer Reise abhalten lassen. Der Verband ist in dieser Sache aktiv. Zusammen mit neun anderen Verbänden wie Deutschland, England, Frankreich oder den skandinavischen Ländern hat der SFV eine Kommission ins Leben gerufen, die die Menschen- und Arbeitsrechtssituation in Katar unter die Lupe nimmt. So üben die Verbände gemeinsam Druck auf das Austragungsland aus, damit die Versprechen keine leeren Worte bleiben. Im August war die Kommission erstmals vor Ort, sprach mit Menschenrechts- und Arbeitsorganisationen sowie katarischen Behördenvertretern, aber auch mit direkt Betroffenen. Wir haben in den Stadien auch mit Arbeitern gesprochen, die dort im Einsatz waren. Wir konnten feststellen, dass seit 2017 große Fortschritte erzielt worden sind. Zum Beispiel, was die Unterdrückung der Kafala betrifft, den Mindestlohn oder den Schutz der Arbeiter auf den Baustellen. Aber wir haben auch gesehen, dass die Umsetzung der neuen Gesetze noch Probleme bereitet. All das wurde sehr deutlich. Diese Kontrolle durch die Verbände und der Dialog vor Ort seien effektiver, als es ein Boykott je sein könnte, ist Blanc überzeugt. Und den Präsidenten der Menschenrechtsverbände, Katars, zu zitieren, den wir getroffen haben, er sagt selbst, dass dies wahrscheinlich der beste Moment ist, um Fortschritte zu erzielen und dass die Weltmeisterschaft es ermöglicht, die Veränderungen zu beschleunigen. Auch die Freunde der Nationalmannschaften stehen hinter dem Engagement des Verbands, wünschen sich aber, dass den Forderungen mehr Nachdruck verliehen wird. Die Lautstärke kann man auch regulieren. Und vielleicht muss man die nach ins Nahe hochschrauben. Und soviel ich weiss, ist das jetzt ziemlich in den Anfängen. Und das wird sicher noch breiter gestreut und breiter der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Ein visueller Protest der Schweizer Mannschaft, wie hier von Deutschland? Norwegen oder den Niederlanden ist allerdings nicht zu erwarten. Die Nazi-Spieler haben sich nach Rücksprache mit dem Verband dagegen ausgesprochen. Sie haben selbst entschieden, dass die Stimme des Verbandes ausreicht und sie nicht auf andere Weise protestieren wollen. Und sie werden regelmässig über unser Vorgehen in dieser Sache aufdatiert. Ob mit oder ohne Fans vor Ort, soll die Nazi auf dem Platz für Freude sorgen. So könne der Fussball letztendlich am meisten erreichen, glaubt der Schweizerische Fussballverband. König 나오는 König Vielen Dank.